Hallo, mein Name ist Markus Grutzek von Grutzek Software. In diesem Video möchte ich Ihnen fünf Tricks zeigen, mit denen Sie Ihre Abläufe in Outbound-Kampagnen im Callcenter beschleunigen. Ich treffe viele Führungskräfte im Callcenter und Kundenservice, die über Zeitnot klagen. Vielleicht geht Ihnen das auch so. Der erste Trick, die automatisierte Anwahl. Immer wieder sehe ich Kampagnen, in denen die Anwender entweder komplett per Hand oder über Click-to-Dial anwählen. Nutzen Sie stattdessen das Anwahlverfahren Power-Dialer, erfolgt das Wiedervorlage-Management automatisiert. Besetzte oder nach x Sekunden nicht erreichte Gesprächspartner werden automatisch in die Wiedervorlage eingestellt. Kontakte mit falschen oder fehlenden Rufnummern werden automatisch aus der Kampagne entfernt. In der Praxis steigern Sie so die Anwahlversuche um bis zu 40%. Zweitens lassen Sie die Callcenter-Software steuern, wer angerufen wird. In vielen Kampagnen werden Listen abtelefoniert. Die Liste wird einzelnen Mitarbeiter zugewiesen. Die Mitarbeiter suchen sich dann Kontakte, die vielversprechend aussehen. Dabei geht viel Zeit verloren. Einfacher ist es, wenn die Callcenter-Software die fälligen Kontakte gleichmäßig auf die Agenten verteilt. Damit ist die Arbeitsauslastung identisch, das Team wird gestärkt, Zeit zum Suchen des nächsten anzurufenden Kontakts entfällt. Und Sie können sicher sein, dass wirklich jeder Kontakt angefasst wird. Trick Nummer 3. Automatisieren Sie die Nacharbeit. Nach einem erfolgreichen Telefonat wird oft eine E-Mail oder SMS versendet. Viele Agenten kopieren Vorlagetexte oder denken sich neue Texte aus. Über intelligente Callcenter-Software lässt sich das komplett automatisieren. So sorgen Sie dafür, dass für jede Gesprächssituation der korrekte Follow-up ausgelöst und der Mitarbeiter entlastet wird. Trick Nummer 4. Kampagnensteuerung in Echtzeit. Vereinzelt sieht man an Agentenplätzen noch Strichlisten. Weit verbreitet sind manuell gepflegte Excel-Listen. Die Erfassung per Hand ist fehleranfällig. Relevante Kennzahlen zur Kampagnensteuerung stehen so nicht in Echtzeit zur Verfügung. Wird das Kampagnenziel nicht erreicht, können hohe Kosten entstehen. Einfacher ist es, wenn die Callcenter-Software alle zur Steuerung notwendigen Kennzahlen auf Knopfdruck bereitstellt. Der fünfte Trick, Terminvereinbarung von Außendienstlern. Callcenter-Dienstleister oder der Innendienst vereinbaren Termine für den Außendienst. Oft nutzen die Anwender einen Routenplaner, um vor jedem Telefonat zu prüfen, ob der Kontakt von der Fahrbarkeit günstig ist. Dabei gibt es zwischen der räumlichen Nähe und der Terminverfügbarkeit keinen Zusammenhang. Einfacher ist es, wenn die Callcenter-Software skillbasiert den richtigen Außendienstkalender öffnet und dynamisch dank Geocodierung die Entfernung vom aktuellen Gesprächspartner zu dem bereits gebuchten Termin anzeigt. Passende Lücken werden einfach farbig hervorgehoben. Sie haben Fragen und möchten mit mir über Ihre aktuelle Situation sprechen, vereinbaren Sie ein kostenfreies und unverbindliches Strategiegespräch. In diesem Gespräch analysieren wir Ihre Situation und zeigen Ihnen Ideen, Beispiele und Lösungen für Ihre Wünsche und Anregungen. Vielen Dank!